Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Call of Duty Modern Warfare 3. Auf der Map Terminal aus Modern Warfare 2 bekannt. Hier. Oh! Da hätte ich nicht so lange mit euch schwafeln sollen. Schwafeln sollen? Ja erstmal, ich bin ein sehr schlechter Spieler, aber ich glaube das wisst ihr ja schon. So! Strike ausgepackt Leute! Jetzt erstmal hier Panzerglas durchbrechen hier. Ich kenne mal in Ruger rein, oder? Ja. Würde ich auch sagen, ab in Ruger! Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ah, da ist jemand! Ich hab doch jetzt mal Hallo gesagt, ich hab doch gesagt. Hallo gesagt Leute, ich hab doch Hallo gesagt Leute. Warten auf die Haltkriege. 3, 2, 1, 0. Au, 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 aua! So, dann bin ich wieder hier, Leute. Fit am Strat hier. YouTube Gamescore macht's bereit. Aua. Wie schon gesagt, Videos immer in Hochkantformaten anschauen. Und in HQ. Auf YouTube eingeben, wenn ihr das auf Handy anschaut. So. Ah, Schamilla. Guckt euch das an. Mit deiner goldenen Waffe, Braller hier, Alter. Ja, ja, du mit deiner goldenen Waffe. Kannst doch gleich mal nach Hause gehen, Junge. Kannst nach Hause gehen, hier. Guck mal hier. Guck mal Red Reisler an, hier. Ballert alle weg. Perfekt. So. Hier bin ich wieder gerästbompt. Hier. Gerästbompt. Mein Englisch ist nicht so gut. Ah. Ha. Ha. Hallo. Ach so scheiße. Das sieht ja aus, sehe ich. Ah. Leute, Leute, Leute. Mann, Mann, Mann. 1, 0 und da bin ich wieder. Du, 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 du. Ah, lalalalala. Lalalalala. 200 Punkte Zahltag, Junge. Zahltag bedeutet, die Dollars fliegen rum. Alla. Perfekt. So, Leute. Und wir haben nur 1 Minute 42 zu zocken. Das ist ja mal prima, Leute. Jetzt packen wir mal hier die Scorpion aus, weil mit der wollen wir ja auch mal was erreichen. Hier, oder? Oh, jetzt wollte ich hier gerade wie, äh, XXXX hier so, wo Wind Diesel hier durch chillen, durchs Glas hier wie James Bond. Oh, was ist denn das? Das sieht auch geil aus. Das sieht ja geil aus. Das sieht ja mal obergeil aus. Das sieht geil aus. Das sieht sehr geil aus. Ha, wir haben es angenommen. Perfekt, Leute. Also der Gegner, der zwischenzauber ist. Ich glaube, das war mal ein feindlichen, die Giste. So, da ist die Flacke, die müssen wir mal nehmen hier. Nehme. Nehme, 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 aber ich kann sie nicht nehmen. Leute, 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 unser Team gewinnt. Wir sind perfekt, Leute. Wir machen uns jetzt hier bereit. Wir haben noch einen einzelnen Spieler hier in der Lobby. Einen einzelnen Spieler. Und den müssen wir jetzt vernichten. Aber wo chillt er sich rum? Wo ist der Gegner? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind, Leute? Wo ist denn der Feind? Wir müssen uns jetzt erstmal hier nach vorne bewegen. Oh, da vorne sind Explosionen schon. Oh, mein Gott. Es geht ab. Es geht ab, es geht ab, es geht ab, es geht ab, Leute. Also, durch die Scheibe hier. Oh, man. Hat er. Zeitwechsel 1 zu 0. Perfekt. Wir haben gewonnen. Und jetzt schauen wir, wo es das letzte Endrohr an ist. Boah. Und nochmal. Burn, motherfucker. Ja, das war es dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Bis zum nächsten Mal. See you later, alle Gator. Ciao.